Ein Benz für alle Fälle. Mit der komplett neu entwickelten C-Klasse wirft sich Mercedes-Benz ein weiteres Mal in die Schlacht um den Titel Beste Premium Mittelklasse. Dank intelligentem Leichtbaukonzept mit bis zu 100 kg weniger Gewicht, verbesserter Aerodynamik und neuen sparsamen Motoren soll die C-Klasse Effizienzbestwerte gegen den BMW 3er und Audis A4 herausfahren. Bei den Assistenzsystemen wähnt man sich in der S-Klasse. Auf Wunsch gibt es eine Luftfederung, die von Komfort bis Dynamik alle Tricks beherrschen soll.